In den Niederlanden produziert der Lohnfertiger Combitech Blechteile aller Art für Automotive, Möbelindustrie, Schiff- und Maschinenbau. Wicam Benelux hat das in 2011 als Start-up gegründete Unternehmen von Anfang an begleitet. Zur Fertigung der Platinen nutzt Combitech 3 von PN4000 gesteuerte, automatisierte Mazak-Lasermaschinen. Inhaber Bas van Pelt gibt einen kleinen Rückblick auf die letzten Jahre. Als wir die erste Maschine gekauft haben, haben wir mit einer einfachen Lizenz begonnen. Nicht nur Service und Einsatz der Wicam-Mitarbeiter, auch die Möglichkeiten der Software haben uns ein tolles Wachstum ermöglicht. Combitech nutzt zum Beispiel eine bidirektionale Schnittstelle, um Aufträge mit Excel in Wicam zur Kalkulation zu simulieren. Herr van Pelt, damit kann ich eine Anfrage von 500 Teilen und 150 verschiedenen Positionen in 5 Minuten mit Nebenkosten für Biegen und Schweißen durchrechnen, die Produktionszeit ermitteln und das Angebot erstellen. Und genau das ist unsere größte Stärke. Schnell und präzise kalkulierte Preise, hohe Qualität und anschließende pünktliche Auslieferung. Wenn die Kunden von Combitech den Auftrag zur Produktion erteilen, hat PN4000 bereits alle Daten und generiert in Sekunden die nötigen Nestings, Fertigungspapiere und Aufkleber. Gefertigt wird in drei Schichten. Nachts laufen die Maschinen mit Zellenautomatisierung mannlos. Bas van Pelt, das PN4000 ist von Anfang an ein zentraler Teil unseres Unternehmens gewesen. Es sorgt im Tagesgeschäft für effizientes Arbeiten in allen Bereichen und gibt mir für die Zukunft alle Freiheiten. Ich kann jede Maschine jedes Herstellers ansteuern und die Schnittstelle zum RIDDER ERP-System, welches wir dieses Jahr einführen werden, ist auch schon vorhanden. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.